So Leute, willkommen zurück. Mir ist letztens noch eingefallen, dass ich euch noch gar nicht den Auftragstext hier vorgelesen habe. Das hole ich dann jetzt mal eben fix nach. Der Schmerzen-Express Siegfriedlinie Deutschland, 18. Januar 1945. Ausgezeichneter Arbeit Paul. Ohne die Kommunikationszentrale in der Stadt können die Deutschen keine weiteren Truppen nach Schmerzen verlegen. Sie befinden sich nun in einem öffentlichen Park, in dem nur schwacher Widerstand zu erwarten ist. Der Bahnhof ist allerdings eine wesentlich härtere Nuss. Im Bereich der Frachtabfertigung und der Gleisanleihen gibt es mehrere MG-Türme. Bevor Sie zum Sammelpunkt am Bahnhof vorrücken, müssen Sie noch einiges erledigen. Unterbrechen Sie die Energieversorgung der Elektrozäune, damit unsere Männer zu Ihnen stoßen können. Dadurch fällt auch im Hauptgebäude kurzzeitig der Strom aus. Gehen Sie also davon aus, dass ein paar Deutsche nach dem Rechten sehen werden. Dringen Sie in das Bahnhofsgebäude ein, suchen Sie ein Funkgerät und geben Sie einen falschen Befehl durch. Damit der ankommende Zug auf dem Bahnhof Halt macht. Sobald der Zug in den Bahnhof einfährt, ist es ein Kinderspiel, den Zugfahrer auszuschalten und ihn durch einen Ranger zu ersetzen. Wir sind fast am Ziel, Lieutenant. Viel Glück. So, dann immer noch den Alarm. Moment, ich muss meinen Kopfhörer aussetzen. Moment. Ja, ich hätte eigentlich gar nicht vor, jetzt aufzunehmen. Das war jetzt alles etwas kurzfristig. Deshalb, aber ich habe den Sound so leise gedreht, dass ich die Box richtig laut machen muss und dann knackt das immer so ein bisschen. Aber das ist dann immer etwas störend. So, nachladen erst mal. Ah, so ist gut. Gibt sich die Tastatur auch richtig? Was zum Rotsch. So, wie haben wir das? Vier. Mann, einen Hund werde ich mal merken. Ja, ich werde dann heute das Spiel hier, glaube ich, denke ich mal durchspielen. Es ist ja jetzt auf leicht. Seht's ja bitte nach. Ich habe das ja gestern erklärt, warum es jetzt auf leicht machen und nicht auf mittel. Dafür mache ich Breakthrough Blind auf mittel. Da geht's dann heute Mittag, Nachmittag auch weiter. Oh, da ist es da drin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So. Ich habe dann übrigens noch ein Geheimprojekt vor. Und ich werde... Und ich... Ups, ich dachte, du wärst tot gewesen. Ich werde dann jetzt auch mal... ...Star Wars Knights of the Old Republic in Eingriff nehmen. Wow. Ähm, dazu muss ich dann aber sagen, dass sich die Zwischensequenzen... ...dass die nicht mit aufgenommen werden. Ich habe dann einfach schwarzen Bildschirm und dann... Und dann hört man nur den Ton. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Und ich werde dann aber... Die Videosequenzen sind sowieso nicht so wichtig. Ich könnte euch dann höchstens beschreiben, was da passiert. Wenn ihr das wollt, Fühlt ihr in den Kommenten sagen. Na klar, wenn ein Scharfschutz irgendwo in mir ist, dann bleibt man doch einfach stehen. So, den Bahnhof habe ich jetzt erreicht. Ah, da kann ich sie nicht ans Visier nehmen. Der ist tot. Ah. Verdammt. Kann man hier rüber gehen? Das kann ich hier glaube ich besser als Visier nehmen. Jawohl. Ah. 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 Kommt dieser Lichtstrahl her? Ach, der da ist das gewesen. Mieser Schaden. Was zum? Ein HP. Toll, 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 toll. Speichern. Wo kommt dieser Scheinwertenstrahl her? Da oben ist der. Gut, jetzt heißt es, sehr gut schießen. Oh oh.